Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bin schon länger als eine Stunde wach und kann mich noch immer an nichts erinnern. Unser Ziel, die Mission. Pandorum, hast du jemals die Symptome erlebt? Wieso fällt dir von all den Dingen speziell das wieder ein? Mauer, bitte komm. Es fängt mit einem Frösteln an, dann ein Jucken. Es brodelt vor sich hin. Die körperlichen Nebenwirkungen vom Fliegen im Weltall verstärken die Paranoia. Nein! Ich helfe mir hier! Dein Verstand hat sich gegen dich selbst gewendet. Du brichst uns auf! Nein! Nein! Wir sind dazu bestimmt vorwärts zu gehen und dazu bestimmt zu überleben.